Willkommen zum Seminar Datensicherheit im Internet. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Datensicherheit geht Hand in Hand mit der Digitalisierung. Wer digital Erfolge feiern möchte, muss den Schutz seiner Daten sicherstellen. Wie können IT verantwortliche Unternehmen vor Viren und Attacken schützen? Welche Maßnahmen müssen zur Verschlüsselung und Authentifizierung ergriffen werden? Wie können Mail- und Surfer-Sicherheit gewährleistet werden? Unser Seminar klärt Sie über die Gefahren im Internet und Schutzmaßnahmen für die professionelle Datensicherheit auf. Wir vermitteln Ihnen Know-how von Experten, die Sie mit einem aktuellen und praxisnahen Blick auf die Aufgaben in der Datensicherheit vorbereiten. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!